Mit der Ausatmung hebst du deinen Arm. Mit der Einatmung kommst du in die Lateralsektion. Ausatmen, heb den Arm. Einatmen, senk. Und dann komm nach oben hoch. Einatmen, wachsen. Ausatmen, heb den Arm. Einatmen, so eine Knie da, wo sie sind. Du gehst einfach nur so weit, dass deine Knie da bleiben können. Und jetzt machen wir einen Kreis. Du nimmst den Arm, die Hand auf den Boden, kreist kopfwärts. Vielleicht muss deine Hand sich heben, das ist überhaupt kein Problem. Kreist weiter runter in Richtung Füße und kommst wieder nach vorne. Das machen wir noch zweimal. Und komm wieder zurück. Jetzt heb mal den Arm, heb den Kopf, heb den Oberkörper und heb das Bein. Und senk wieder ab. Und noch zweimal. Ausatmend kommst du hoch.